Untertitelung im Auftrag des ZDF Nur Mitglieder können die fetten Glitches sehen. Für jede Mitgliedschaft bekommt Micky Geld, welches er sinnlos verpasst. Sie haben uns in Ordnung, um mit der privaten Sicherheit ein bisschen zu schreien, also nicht zu schreien. Nicht zu schreien. Das wird gut sein. Wo ist mein Heli hin, Mann? Hab ich doch gerade hier gehabt. Oder? Kann ich kein Heli bestellen? Doch, er ist in 50 Jahren. Kommt mal, muss ich ein Heli dann weg. Ja, natürlich, Junge. Das wäre echt guter Wagen. Alles klar. BAM! Wir wollen rein da. Da habe ich jetzt noch mal alles abgemacht. Ich hatte mal eine Waffe mit... Schalter, ein paar. Ich hatte mal eine Waffe mit Schalter, ein paar. Da rieb ich alle ab. Was macht keine Waffe mit? Schönen Siem nicht! Junge, was für das Schiff ist das denn Scheiß? Ich gehe da rein und... Pass auf, dass ich nicht gesehen werde, wird gesehen. Was ist das für das Schiff für eine Hurenscheiße? Schiff, Mann! Reloading! Ich werde dich töten! Hey, fache, fache! Schiff, schiff, schiff! Geh zu hell! Show ist vorbei, Adolf! Was ist das? Da hat er ewig bis zu sterben, Alter! Ist er tot? Da hat er ewig bis zu sterben, Alter! Was ist das? Get behind some shit! Put part your sound! Fuck! You can ass! Hey, ass face! ... 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 Ist das schneller? Fangen wir die Stirnplatte an Doch hier. Toll, das ist, hä? Beide Türen haben sich geöffnet, da. Hat auf TikTok geschaut, kommt lieber auf Twitch oder YouTube. Micky Blue eingeben auf Twitch oder YouTube, dann findet ihr das schon. Meine Fresse. Kleiner schreibt hier, kleiner schreibt da, kleiner schreibt da. Wir sind auf Twitch, drei YouTube-Kanälen und TikTok halt blöd live, aber geht im Moment nicht anders. Da kann man nicht hin. Ja, da wird's dran. Ja. 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 Das ist ja gar nicht abfallt, oder? So rausgehen. Warte mal, wenn ich den Buzzard jetzt bestelle, ist das gleich wieder weg. Natürlich muss es wieder regnen. Ja. Ja. War das ein Slide, oder war das ein Slide, Alter? Schaut noch jemand zu auf Twitch oder TikTok? Äh, YouTube meine ich. Orang, YouTube die anderen. Ich lasseよe. Ich lese auf Twitch, oder? Ich lese auf Twitch, oder? Ich lese auf Twitch, oder? Ich schaffe, Lulu. Ich kann mich mal, oder? Dann können Sie bald wieder.